Er heisst Fasad Jamil und kommt aus Syrien. Das Boot ist immer noch unter Wasser und die tote Familie auch. Nach der Katastrophe, die ihnen passiert ist, wollen sie jetzt auch ihren Bruder bei sich haben. Die Kirche gibt es aber auch in Europa, die sie nicht in Deutschland haben. Die Kirche gibt es nicht in Europa. Die Kirche gibt es nicht in Europa. Ich will sie dann in Europa und mich nicht in Europa sein. Ich will sie nicht in Europa sehen. Das war's für heute. Das war's für heute.